Hey ihr overpowerten Sith oder Jedi, sucht euch aus. Willkommen zurück zu The Force Alish 2. Ah, wir wollen Ram Kota befreien. Dieser dumme Baron meint, der kann uns aufhalten. Will das sogar für seine blöde Arena. Das wollen wir mal sehen. Das ist so krass, die Architektur hier. Das ist einfach nur richtig geil. Trotzdem wird meine Begeisterung, mich nicht in meiner Wut stoppen hier, die ganzen Typen zu verlegen. Oh, ein Schwerdkristall schon wieder. Wir fangen jetzt Stuhl. Hahaha, warm. Schade, dass das immer so ein bisschen buggy ist, dieser Wurf. So, was haben wir denn hier? Lichtschwertkristall grünen Heilung. Ich weiß gar nicht, hat das irgendwas, hat das irgendwie, ah, das hat wirklich einen Nutzen. Kein Boni. Bewirkt zusätzliche Machtpunkte bei der Zerstörung der Umgebung. Stellt deine Machtenergie bei jedem Schlag wieder her. Und hier steigert deine Macht Wutanzeige bei jedem Sieg über einen Gegner. Und bewirkt zusätzliche Gesundheit beim Besiegen von Gegnern. Hm. Ich würde sagen, dann nehmen wir noch Machtpunkte. Oh, ich kann nur eins von beiden. Ach, schade. Schade. Dann nehme ich doch mal Meditation auf die Haupt. Ah, geil, dass die gleichen Nutzen haben und man nicht erst diese, diese Einsätze noch brauchen. Oh. Dann kann ich auch wieder hier laden und dann Bäm. Hey. Fang dein Mist. Mauer. Mauer. Autsch. Wir kommen. Ah, ich würde gerade reagieren. Ihr wollt es euch wohl unbedingt schwer machen. Wie? Was? Ich mir? Ich mach's dir schwer, meinst du? Aufstehen. Und halt auf. Oh. Und super. Oh. 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 Auf die Beine, Soldat! Auf die Beine, Soldat! Hast du gehört? Macht-Upgrade verfügbar. Ich liebe dieses Spiel, das ist so toll. Ich muss hier aber kaputt hauen. Ich kriege den nicht einfach so mit Macht zerstört. Ah, es ist cool. Es ist richtig cool, so. Macht-Upgrade schieben. Was macht das denn jetzt? Schaden, also Schadenstärke und Bereich werden gesteigert. Ja, Rückstoß. Hm. Und den Lichtschwertwurf. Man lernt ja alles sehr früh, ha? Ich hebe mir die Macht nochmal ein bisschen auf. Ich will eigentlich, ich will das Lichtschwert und dann den Rest. Ich kämpfe ja eh fast nur mit dem Lichtschwert. Auch wenn Macht echt cool ist. Ich habe euch kämpfen sehen. Jetzt will ich euch rennen sehen. Warum das denn? Oh! Also ich hab Angst davor, oder was? Oh, sollte ich vielleicht. Oh, sollte ich wirklich? Ja, weg jetzt. Alter, der zerstört lieber alles. Oh! Lieber alles zerstören, als sich uns zu stellen, oder was? Ach, schön. Alles einfach mal weggewämst. Hässlichen Bilder hier. Ah! Also ich hab mir gedacht, was ist denn jetzt hier rauf, ha? Oh nein, ich kann mich nicht hoch Ich muss doch hier hochkommen Ne, ich kann mich irgendwie nicht drauf Vielleicht hier mit den Sockel Ja, Mann, ihr müsst Ja, komm ich Hey, hey, hey Ach ja Hey Beruhm, Ehre und der Tod Alles klaro, ist da noch was? Nee He, 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 he Sorry Okay, ich glaube ich nutze mal jetzt meine Kräfte Hey, bleib mal, ich steh jetzt Oh, wie halt direkt den Kopf verliert Wie geil Oh, ich kann die auch einfach wieder beenden, wenn ich will Okay Was ist die aushalten, die Kerle? Aha Da oben, wisst ihr noch was? Ein Holocorn, ich seh keinen Ah So geht das hier auf Schatzschilde Kraftfelder Ich hab mir noch nie gegen den Jedi gekämpft Oh Ah, mit einem Machtplitz Ja, ja, das kenne ich schon Glücksspiel ist scheiße Hast du Glücksspiel? Oh, ich wollte eigentlich finishen Schade Ja Und tschüss Ich wär das klasse Wir haben die einfach rumprügelt die ganze Zeit Wir haben keine Chance Das hat echt noch viel stärker als im ersten Also Kann ich absolut gewiss sagen Dass es wirklich einfach overpowered ist hier Der Starkiller Und Und Slash! Oh, dieser! Hey! Das ist das Beste. Das ist der beste Finisher von allen bisher. Ne? Totaler Hammer ist das. Irgendwas vergessen hier im Spielcasino. Ne. Ich hoffe nicht. Ansonsten wiederhole ich den Level halt nochmal für mich. Ich brauche alles, alle Sachen. Alles, alles, alles. So, warte mal. Was brauchen wir jetzt? Für... Lichtschwertwurf. Was macht der denn jetzt? Lichtschwertwurfschaden wird gesteigert. Geworfenes. Lichtschwert sucht zusätzliche Gegner. Nicht goldenes, sondern geworfenes. Hm. 45 für die Schwerter. Lichtschwertschaden wird gesteigert. Und Lichtschwertschwungangriffe werden freigeschaltet. Oder der Blitz trifft bis zu 5 Gegner gleichzeitig. Krass. Oh, was ist das? Sind die echt versteinert? Oder? Oha. Die sind alle schockgefrostet. Oh, Mann. Oh, frisst dein Schild. Hier. Au, au, au. Oh, nicht einstehen, bitte. Oh, schockgefrostet. Oh, Gott. Ja. Du Mistteil. Hahaha. Oh, da hat die alle eingefroren, die ganzen Menschen hier. Also, die ganzen Bürger oder was auch immer es für eine Rasse war. Und noch einer und machtbegabte. Oh, da ist einfach mal fett die Tür. Wow. Als ob mich das aufhält, du doofes Vieh. Die laufen auf irgendwelche Würfel hier oben. Nicht wirklich, ja? Oh, nein, 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 nein. Ah, du Mistvie. Oh, nein, nein. Oh nein, ich will das nicht. Ich will... Ah, ich will das Schild haben. Verdammt. Ja, nehm den Schild und... Frisse ihn. Das ist das. ja genau schießt da die schlotze schade dass der finisher immer derselbe ist oder ich brauche nur eine kleine reffnung doch nicht so geht auch direkt wieder ein schild ihr meint aber auch irgendwie immer das hilft oder wie so ein schild kann mich doch nicht aufhalten das ist skybrush 3 das ist skybrush 3 boot leute von monkey island 3 ist diese alter schwede wie gut ist das denn ich meine das ist auch lukas arz ne ist das es ist halt mal echt ein easter egg das ist java wie gut ist das bitte ich heiße euch auf die rande oh nicht so wieder so hässlich ist wow high speed dinger sind das sehr gut die bahn hatte lebensenergie ich habe aber nicht so viel macht für euch ich glaube jetzt ist vorbei ja oh nein dieses elende schiff ich habe지가 klatschen wie gut überhaupt точenden dieít Was war die Bahn jetzt? Nein. Nur solange es mal kaputt geht, das Teil. Das geht doch nicht. Wie viel hält das aus? Meine Bahn ist gleich gut. Oh Mann. Ein Glück habe ich es geschafft. Gerade so. Oh. 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 Wow, natürlich gerade so im letzten Augenblick hat es geschafft. Krass, na, da kommt schon wieder meine Freunde. Die ganze Macht des Imperiums steht mir zur Verfügung. Gebt ihr es auf, oder ihr fehlen kann. Was hast du? Das selbe gilt für euch. Oh, ich rechte ihn nach oben. Okay. Okay, Mann, da oben. Boah, stell dir mal vor, du willst die Halterungen zerstören. Und vor allem, was muss das aushalten, dieser Bogen? Ich will ja gar nicht wissen, wie viel diese Bauten kosten. Mensch, das ganze Metall. Oh, war's kaputt. Geil. Der Level ist aber schon ganz schön lang, muss ich sagen, dafür, dass es so kurz sein soll, das Spiel. Okay. Dafür habe ich noch Zeit. Nö, nö. Nö, nö. Lass mal. Hier, guck mal, ich habe was verdient. Bonus-Päckchen. Aua. Bonus-Explosion. Schade, ich will meinen anderen Finisher sehen, bei denen gerne. Brrrrraau. Aber die lassen sich schon immer passen. Oh nein. Mal neue Sachen einfallen. Bump? Ha, ha, ha. Ha, ha. Bump. Hier, leider noch ein bisschen. Machtmächtig. Aua. Hey, werd geblockt. Blieb, 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 blieb. Solang keinen Kubus mehr. Kein Holocron. Ach, tatsächlich. Noch mehr Schutzschilde? Ihr lernt's auch wirklich nicht, ne? Oh, guck mal, was ich da entdeckt hab. Ein Schwertkristall. Mal gucken, was das für einer ist. Oh, der zweite Meditation. Das war Machtenergie bei jedem Schlag wiederherstellen. Ne, Quatsch. Machtpunkte. Ah. Schön. Machtpunkte brauch ich doch immer. Na toll. Oh. Sag mal. Jetzt reicht's mir. Oh. Das reicht schon für euch. Oh. Sag mal. Gehen wir's doch mal, bitte. Warte, wir sind schon futsch. Okay. Ich krieg's jetzt Ruhe hier. Ruhe im Puff. Hier geht's ja schon wieder. Ein bisschen einschönig, oder? Oh. Oh. Wo, jetzt? ok leute mit diesen lustigen geräuschen mache ich immer schluss danke fürs zusehen wäre super wenn ihr mir ein like auf die folge gebt und wieder einschaltet zu the force unleashed ich habe gesagt evil within zwei tschüss